willkommen zurück zu einer weiteren folge so ich habe mal ein wenig geguckt wo man effektiv technologie punkte bekommt und hier wurde was von naturschutzgebieten gesagt und wenn ich das richtig gesehen habe entweder hier oder hier da müsste ich noch mal nachgucken glaube ich wo genau sein sollen und da müsste man noch mal noch mal gucken aber wir haben ja aus der entfernung schon was gesehen das bedeutet wenn wir nach hier gehen und mal hier rüber entweder was hier oder hier wir wollten ja wieso die wassergebiete noch erforschen dann lass uns doch da mal hin und wenn ich das richtig verstanden habe und das ist jetzt der andere faktor deswegen sollten wir uns auf jeden fall schweben voran bewegen denn wie gesagt ich habe so verstanden dass da dann irgendetwas baumt was uns angreift schützer naturschützer oder keine ahnung was aber wir gucken mal da da guck mal da wir sehen ja schon was das kann doch sein oder zumindest sieht es verdächtig danach aus und natürlich müssen wir über das wasser die frage ist nur gibt es was machst du schon wieder also wirklich mann 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 so da wir über das wasser jetzt schweben schauen wir mal ich habe keine ahnung ob das so der fall ist oder nicht das müssen wir sehen und uns oder besser das müssen wir uns anschauen ja aber das sieht zumindest nach irgendwas aus hier wir wollten ja wie also ich wollte ja wieso mal die inseln noch und so ein bisschen das wasser erkunden zumindest hier so dazwischen aber das scheint hier tatsächlich was zu sein gehen wir doch mal logi logi machen wartet hier sein könnte und gucken uns das mal einmal komplett an wir werden einmal komplett jetzt hier im kreis drumherum ich weiß nicht wie groß die dinger sind und dann werden wir da sind da fische drin ich dachte gerade da hier wäre ein fisch drin und dann werden wir uns ja einmal auf das island bewegen ich weiß halt nicht ob da was da für birds sind das muss man noch gucken des weiteren wir haben immer noch den herrn des sees nicht geholt wobei ich da auch am überlegen bin ob ich ein zwei große oder so fünf große sphären bauen damit war denen vielleicht effektiver fangen obwohl wir ja 47 und 45er schon gefangen haben also das war gedauert dann bräuchte man auf jeden fall noch mal neue sphären aber hier ist auch sonst nichts drauf okay das scheint eine art kreis zu sein woanders sehe ich jetzt auch nicht und da müsste der tower sein wo wir gestartet sind komisch aus oder als ob das eingestürzt ist nach innen oder ob das eine kunde eine kuppel war das nicht dazu ist ne kann keine kuppel gewesen sein glaube ich zumindest nicht und da soll es halt tun geben in den technik bücher auch immer wieder zu finden sind das würde bedeuten wir müssten in regelmäßigen abständen diese gebiete abfarmen wobei natürlich jetzt das eins der gebiete hier ist wir haben ja noch nicht mal ansatzweise alles entdeckt hier ist eine truhe was haben wir da was drinnen äh die safir und eine drachenfrucht nett aber nicht das was ich gerne haben wollen würde okay warte mal ist hier vorne noch nicht das ist das island kennen wir schon würde ich jetzt zumindest mal so behaupten stimmt da oben ist dann unser stützpunkt okay wir bräuchten sowas wie ein wasserläufer guck mal jetzt sind wir fast einmal rum um das ganze bild wo guckst du denn was ist denn da warum guckst du die ganze zeit nach da als ob da irgendetwas ist okay da sind wir tatsächlich einmal rum ne dann lass uns doch mal hier rauf gehen und mal gucken was hier los ist in dem island vielleicht haben wir ja glück ähm weil ich weiß wir haben schon so mal so technik bücher gefunden um verbrechen begangen wie verbrechen begangen was für ein verbrechen haben wir begangen okay mit teilhelm wo hier gibt es eine blume die will ich haben stimmt blumen brauchen wir noch für die da braucht wir für irgendwas braucht man noch blumen weiß noch nicht mehr für was was bedeutet denn jetzt verbrechen begangen also noch fliegig oder zwei schlaue tage bücher zwei schlaue bücher bekommen zwei schlaue sei schon zwei bücher bekommen lass mich in ruhe noch ein buch bekommen und schon wieder drei technik punkte sehr schön und den kennen wir glaube ich den kennen wir nicht da bin ich mir sicher problem ist wir müssen uns ausruhen wir haben was für ein verbrechen haben wir begangen hier ruhe ich aus habe keine ahnung von was die reden aber ich bin mir sicher dass wir den da noch nicht haben er leckt nee den haben wir nicht das problem ist ich weiß nicht wie stark wir machen wir die feuer vor den feuer hau nein nein dann hoffen wir dass wir den noch mal finden ich habe keine ahnung was mit dem verbrechen bedeutet muss ich jetzt leider so zugeben du dich haben wir auch oder haben wir dich schon das war doch bestimmt war hier wollen wir den gesehen das aber da dich 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 ich nehme dich will ich auf jeden fall mitnehmen keine ahnung was wie gesagt ein pearl im team ist hungrig ja das mag ja alles sein ähm wie war denn das da ich will essen ich habe keine ahnung dann müsste ich doch jetzt da absteigen oder haba 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 ich habe keine ahnung was das mit den verbrechen jetzt auf sich hat ist mir auch ehrlich gesagt fast egal ähm uhrpfeil mist sprache medizin da ist noch eine kiste ja aber die kiss wir brauchen halt technologie points feuer und jetzt habe ich die auch noch bekommen oh was das denn miliz got this okay äh die sind ja egal hätte ich jetzt gesagt sind auf jeden fall feindlich ähm warum wanted unbefugtes eindring aha aua bin mal weg okay oh die spawnen dann anscheinend oh da ist einer 38 okay die spawnen dann anscheinend ähm ich bin dann mal was hast du vor ähm tschüssi kowski unbefugtes eindring mal eins okay wir stehen auf der most wanted liste gerade ähm hm kann es sein dass wir das ganze teil ja nicht betreten dürfen eigentlich ist die einzige idee die ich gerade habe so what the hell wie soll denn das jetzt funktionieren ähm müssen die mich töten damit ich nicht mehr in der äh wanted liste bin oder wie ist ja die einzige idee die ich hätte so seid ihr noch da hm warte mal ich habe damit kein problem und dann schieße ich euch halt wenn wir auf ein also wenn wir so also penetrant auf dem senkel geht also ernsthaft ist ja noch einer o ja ja wird auch gibt ein paar xp ja wir sind aber immer noch most wanted wahnsinn da wollte er mich jetzt veräppeln kann nicht sein dass sie mich jetzt wirklich killen wollen und zwar um jeden preis ich hätte damit grundsätzlich ein problem aber lass uns doch mal bitte erst mal woanders hin ja da ich will nach da dann sammle ich ihn ein dann soll sie mich abknallen ich habe keine ahnung ob das was bringt auf jeden fall brauchen wir die technologie die musik vorher lesen hätte ich jetzt gesagt dann können sie uns die nicht mehr klauen was mich noch interessiert was ist denn wenn ich jetzt weg porte wird machen wir mal report man unsere base mal gucken was passiert jagen die mich dann immer noch wie lange hält dieses most wanted bis ich tot bin port mal nach hier alle im kampf alle im kampf ich habe keine ahnung also erstmal mal hier ihn gefangen und können mal gucken wo der hingehört weiter oben mit sicher da genau dahinter macht nur holzfäller wächter des goldwaldes eigentlich direkt dahinter wie jetzt und dann kommt erste night das würde ja bedeuten wir müssen denn hier nochmal alles nach vorne schieben oh wir sind nicht mehr most wanted ok dann schieben wir alles noch mal ein nach vorne das ist doch bitte ja So, oder? Hoffe ich noch mal. Hm. So. Da kommt er jetzt rein. Platsch. Ein Grufti auch noch. Okay, wir sind nicht mehr Most Wanted, aber wir haben drei Technologie-Punkte bekommen. Ähm. Bam, 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 bam. Was machen wir dafür? Überleg gerade. Salat. Da könnten wir... Du kannst den leckeren Salatkopf anbauen, ja. Also wir könnten einen Stützpunkt bauen, wo wir wirklich hauptsächlich anbauen. Wäre auf jeden Fall eine Variante. Wir müssten dann halt nur ständig das Zeug holen. Hm. Auch gut. Aber ich dachte mir, wir holen uns erstmal jetzt die hochwertige Metallrüstung und dann die hochwertige Kälte-Rüstung. So. Ähm. Wir können mal hier noch ein bisschen was mitnehmen, ne. Hast du hier die fertig? Perfekt. Dann produzieren wir doch mal... Hier nochmal 100. Was brauchen wir für einen Hochofen? Fällt mir gerade so ein. Warum bauen wir hier nicht einen Hochofen? Ähm. Da. 30 Zement bräuchten wir. Okay. Ähm. 30 Zement, ne. Die kriegen wir zusammen. Denn ich glaube, davon habe ich jetzt erstmal einiges. Und wenn wir... Okay. Das kann erstmal raus. Ähm. Guck mal. Nee, ich kann mir jetzt so verkaufen. Weil wir haben hier schon eins mit Hitze-Resistenz. Metallrüstung. Metallhelm. Was haben wir? Hochwertiger Metallhelm. Hm. Die... Die, 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 die. Metallrüstung. Der Kopfbedeckung hatte ich schon woanders hingelegt. Hm. So. Das war ein Naturschutzgebiet. So, da hatten wir die Bögen. Und hier hatten wir halt diese... Diese hier. Dann räumen wir hier doch wieder um. So. Ähm. Dann. Metallbauplan. Das kann ja erstmal runter, ne. Dann haben wir das zum Verkaufen. Ein... Sieben Saphire. Noclaw. Ne. Die kann man gut beim Händler verkaufen. Wir brauchen ja auch Dinge, die wir beim Händler gut verkaufen können. Blumen. Wir hatten noch irgendwas, wo wir Blumen brauchten. Und zwar nicht zu wenig. Ähm. Wo waren denn die Blumen drin? Waren die hier drin? Ich weiß, wir hatten irgendwo Blumen. Da. Ähm. Das kommt woanders rein. Das kommt woanders rein. Das kommt woanders rein. Okay. Dann. Die Früchte waren... Da hatten wir hier welche. Drachenfrucht. Okay. Die muss ich mal hier gucken. Oh. Okay. Das würde bedeuten, wir gehen schon mal... ...eins weiter. Denn... Hier ist nochmal eine neue Frucht davon. Okay. Haben wir. Lass den Rest erstmal verteilen. Oder wir fangen schon mal an... ...mit der hochwertigen Metallrüstung. Mit dieser Hitze. Mit dieser hier. Hochwertige Metallrüstung. Hochwertige... ...hitzeresistente Metallrüstung. Das ist halt gut. 40. Okay. Baut mal. Die wäre schön, wenn wir die dann schon mal haben. Und wir bauen drüben den... ...Hochofen. So. Das bedeutet du weg. Du weg. Du nach da. Ferment hat man glaube ich da hinten drin auch. Hier. Weiß nicht wie viel wir nochmal brauchten. 30 oder 20? 30. Okay. So. Den Rest hatten wir drüben. Dann bauen wir nämlich drüben jetzt den Hochofen. Der Stützpunkt bleibt. Wir haben da Metall. Dadurch können wir unser Hochmetall... ...unser gutes Metall bauen. Ähm... ...ähm... ...so. Okay. So. Wir machen das jetzt nämlich ein bisschen... ...anders. Ich weiß halt jetzt gerade nicht, wo die ganzen sind. Die waren ja irgendwo hier. Da haben wir schon mal 1, 2, 3, 4. Dann waren die hier vorne noch welche. Das bedeutet theoretisch, wenn wir hier bauen... Ach halt. So. So. Dann würde ich... ...glatt noch da bauen. Mann. Warte mal, wir machen... ...machen wir Stein. Ne, Stein haben wir hier am wenigsten. Halt, wir machen es anders. Wir machen etwas anders. Rückbau. Davon haben wir am wenigsten. Wir haben aber genügend... ...Holz. Besonders, weil wir hier auch... ...genügend Bäume haben. Bauen wir hier tatsächlich aus Holz. So. Ich hätte sogar gesagt, wir bauen noch nach hinten. Das Problem ist natürlich, dass jetzt so da... ...wieder was im Weg ist. Das geht auch. Okay. Perfekt. Dann... Okay. So. So. Holzfundament. So. Holzwände. Ähm. Hm. Tö-tö-tö-tö. Tö-tö-tö-tö. War den Backspace nochmal, denk du? Ach, hier. Löschen. Rückgängig machen. So. Dann hätte ich hier tatsächlich erst mal eine Holzwand gezogen. Nein. So. So. Das passt nicht. Ist aber auch okay. Dann. Das passt nicht. kriegen wir dich noch daneben ran jetzt wird es interessant, können wir das irgendwie ja gut, dann können wir erst mal dich bauen dann einfach hoch dann ist das halt erstmal so aber das können wir ja gleich wieder abreißen ja, das Bausystem ist nicht ideal muss man einfach mal so sagen ist ausreichend würde ich jetzt behaupten aber wie gesagt, es ist einfach nicht ansatzweise ideal leider Gottes wäre schön, wenn es so wäre aber ja so ach man so dann brauchen wir was zur Aufbewahrung irgendwas, was nicht unbedingt teuer ist aber passt ja, da bräuchten wir drei Metallbahnen ähm bräuchten wir auch Metallbahnen hier bräuchten wir nur Stein können wir ja erstmal so hinbauen, würde ich sagen dann kommt auf jeden Fall der Hochofen hier noch mit hin ähm ähm so oder? hätte ich jetzt gesagt da ist noch der Hochofen ähm so können wir ja schon mal ein bisschen nehmen die können wir ja schon mal rüber schaffen ne, obwohl warte mal die behalten wir hier dann haben wir hier schon mal zum Bauen was ähm auch dich können wir hier behalten ja dich brauchen wir hier nicht so tragen wir das mal ganz kurz rüber denn ich will da hauptsächlich Eisenerz drin haben und wir sehen ja da ist eine Menge Eisenerz drin ähm das dauert natürlich jetzt wieder das Laufen Lauf 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 Komm schon und ach geschafft geschafft wobei die auch theoretisch mitnehmen können das Gute ist nämlich wir könnten jetzt hier Metall herstellen aber ich würde hier gerne hauptsächlich jetzt noch Steinkohle herstellen wollen äh Dings herstellen wollen und dafür brauchen wir Steinkohle die haben wir drüben die würde ich aber nicht anrühren wollen ähm die brauchen wir hatten wir aber gesagt wollen wir uns die Bosse weil die mehr XP geben wo war denn unser Steinkohlevorkommen das ist da oder ne ist das das hier bin mir nicht sicher ähm könnte aber ja doch 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 das war unser Steinkohlevorkommen da hinten dann holen wir uns nämlich jetzt mal ein bisschen Steinkohle so na toll und er kann sich erstmal hier austoben tob dich mal bitte aus ähm weil ich habe keine Lust mich mit dem rum zu prügeln so halt wo ist denn jetzt hier mein Min ach man da war so ich brauche ich du hattest Spaß mein gut das freut mich geht das noch halbwegs ne ach man es ist wirklich beschämend könnte man sagen ähm dass wir oder wir sind zufolge gepackt ne kann das sein ja wir sind noch zufolge gepackt deswegen mhm fünf ablegen ne ok ok wir müssen ey wir kommen gleich nochmal wieder ich hoffe das liegt dann noch da wenn nicht ist auch nicht weiter schlimm ähm aber dann können wir da schon mal steinkoh äh die hochwertigen barren anfertigen das erspart uns auf jeden Fall den gang so viel steht außer Frage so euch schon mal nach da dann viel Spaß wir geben kurz die Sachen ab wenn wie gesagt wenn die Sachen weg sind sind sie weg ähm ist aber nicht weiter wild aber wir haben ja noch ne Armbrust dabei die wir nicht brauchen ähm Waffen waren hier vorne drinnen hier noch ne Armbrust ähm so und dann wir haben wieder Pfeile bekommen okay dann haben wir wieder Pfeile bekommen naja dann ist das halt so ähm so dann ähm ja gehen wir den Rest auch noch ab das ist alles gewicht oh so kochen sehr gut so du da rein du da rein gucken kurz nochmal ja hier weg ähm weg da hin wo nicht Medizin war mittlerweile hier drinnen so und du auch bin nicht sicher ob er den Stab wirklich mit dem also er ist zwar macht gut Schaden nein ähm zumindest macht er solche Schaden also von den Stats her macht er Schaden wir haben ihn noch nie ausprobiert muss man jetzt auch mal so sagen nein so gucken wir mal ob unser Zeug noch da liegt weil hier ab und zu mal hin und einfach mal zu holen da ist auch schon wieder was neu er ist nicht mehr da okay kriegen wir auch nicht voll ne wir zerstören dich aber und abwerfen wo sind es hin da ähm ah okay perfekt mehr komisch nein ach man so na dann haben wir nochmal 100 wir könnten natürlich da auch äh da lohnt sich kein Stützpunkt der Zeug ist so schnell weg und ich gehe davon aus dass selbst ähm meine 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 Perls das Zeug das Zeug so schnell weg rumsen zumindest gehe ich wie gesagt ich gehe davon aus ähm da hin so du bist noch dabei danke ach jetzt sind wir viel zu voll ähm ganz kurz abwerfen ich hole es gleich keine Sorge nope nicht werde ich gleich abreißen weil wir haben jetzt den Ofen hier hinten und wir werden auch nach hier hinten äh unser mal Leder haben wir hier nicht brauchen wir glaube ich auch nicht ne wir werden nach hier hinten auf jeden Fall auch äh unser Essen packen ähm Produktion ist das hier ne nup nup da die Frage ist bauen wir hier zwei hin bauen wir hier einen hin wir bauen zwei hin so das kommt weg so rein 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 nö das kann woanders denn gebaut hm okay einfach weil wir es können so na dann viel Spaß wir nehmen nach drüben noch ein wenig mit so warum sind wir so voll geparkt also irgendwas ist jetzt die Schrot ne die könnte mehr wiegen ja ja doch auch die Munition könnte natürlich mehr wiegen oh warte mal jetzt so ja die wiegt mehr entschuldigung ähm 136 180 und 500 live ist ein unterschied definitiv kälte hitze das bedeutet wir müssen jetzt noch können dich wegpacken wir sind schon wieder überladen achso weil wir jetzt die Rüstung okay so Rüstung Fehlrüstung 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 so Metall wegbringen das T-Shirt müssen wir auf jeden Fall noch loswerden das wiegt 2 das wiegt 35 oh das wird jemand mal verkaufen die wiegen einer wiegt 5 naja ist ja kein Wunder dass wir so viel weniger mit und mitschleppen können wenn die paar Edelsteinchen so und hier hinten ist dieses andere Dorf das andere Fischerdorf da können wir ja schon mal hin so hier der ist ein fahrender Händler der aber hier rum ahja das finde ich geil weil der hat Munition ähm aber das hat man für 1000 gekauft verkaufen aber für 100 8 oh hey der bin man ich ja nie doll so ich hab beschlossen wir gehen noch mal ins äh böse Dings da und äh gucken mal wir dürfen halt nicht äh na wie heißt's nicht auf den Boden glaub ich kommen ich glaub wenn wir nicht auf den Boden kommen ist alles schicki das müssen wir jetzt mal testen ob das wirklich so der Fall ist weil wir brauchen so dringend achso wir können ja jetzt mal hier die anziehen ah guck mal mit der haben wir keine Hitzeprobleme anscheinend das könnte also auch gut jetzt hier für die Insel sein gerade wenn wir auf ihn ah stimmt wir müssen gucken wenn wir auf ihm reiten weil er ja Hitze verbreitet die Frage ist ab wann zählt denn der das ähm betreten weil jetzt bin ich auf dem Wasser da kann ich auch mich gemütlich ausruhen alles kein Thema ab wann zählt es das wäre noch interessant und man sieht ja wie lange die uns verfolgen was bedeutet dass wenn die uns verfolgen sind äh haben wir ein Problem so also noch zählt es nicht wir sind immer noch auf dem Wasser und solange das so ist bleiben wir mal auf dem Wasser ok verbrechen begangen ok dann ja tut es mir leid aber ich muss jetzt hier mal gucken ich will wissen ob es jetzt doch noch Kisten gibt da ist wieder so ein Hirsch den will ich aber jetzt nicht töten wir haben einen das reicht uns erstmal ich suche Kisten meine Freunde Kisten nee ich sehe aber keine Kisten es kann erst erst das Naturschutzgebiet ok kann natürlich sein dass jetzt hier keine Kisten in dem Sinne mehr sind was wären wenn wir hier einen Stütz bauen fällt mir gerade so ein hm ok es kann gut sein dass jetzt hier keine Kisten mehr sind gerade wir sind es ist ja erst vor kurzem gewesen als wir hier waren ähm ich weiß ja nicht ob man den gleichen Tag hier aber das ist gut möglich so gut schade dann wieder weg ja ab diesem Punkt gehe ich mal davon aus dass das dann ein Verbrechen ist habe ich jetzt natürlich nicht gesehen bin nicht auf der Most Wanted Liste siehst du und jetzt bin ich nicht mehr im Verbrechensmodus das ist doch gut so sind wir richtig unterwegs kommt hin ist doch schön wenn man nicht mehr der Verbrecher ist oh man ey ok dann haben wir dieses erste Naturschutz wie viele Naturschutzgebiete wird es wohl sonst noch geben wir haben ein Wüstengebiet noch das Gebiet also ich gehe von Minimum 3 bis 5 aus also Minimum 3 5 5 bis 6 vielleicht achso warte mal da lang davon gehe ich jetzt einfach mal aus dass es so viele geben wird und dann haben wir dieses Stück hier auch erforscht weil wir ich würde gerne aufs Meer raus aber ich glaube das bringt nicht viel solange ich nichts aus der Entfernung sehe bringt das glaube ich gar nichts daher daher ja gehen wir doch einfach mal weiter ich würde auch sagen wir werden an dem es wird ja Nacht nachts ist doof nachts mag ich nicht ähm deswegen gehen wir nach Hause machen für heute hier Feierabend und gucken dann mal ob wir die noch weiter erstmal erforschen wir erforschen erstmal jetzt hier weiter dann haben wir den Norden noch also da wird es ja wohl ein paar Punkte noch geben wo wir noch Technologiepunkte bekommen hoffe ich zumindest da hier gibt es zum Beispiel einen schon mal daher ja danke fürs Zusehen und zusehen